Ey, uns fehlen, glaube ich, nur... Ah ne, uns fehlten schon ein paar. Ja, wir haben da einige von den großen, glaube ich, zwei Stück oder so, haben wir nicht richtig erwischt. Richtig, ja, wir haben... So, was haben wir denn diesmal für ein Level... Huch! Was war das? Ach so, was Neues? Antigravitationsbälle oder was? Ah, ja, ja, jetzt, aber jetzt werden hier noch neue Mechaniken ins Spiel eingeführt. Ups, was... Aha, okay, das ist eine Variante. Ich würde da... Okay, gut, da komme ich auch mal rüber. Ich denke, das sah eigentlich ganz... Das sah eigentlich relativ gut aus bei dir. Fachmännisch. Ja, fachmännisch. Uah, ja. Mist, da waren sie ein bisschen zu eng zusammen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. So. Ja, so geht natürlich auch. Einfach über beide durchspringen, das ist ein bisschen einfacher. So, dann gehst du mal da hoch. Boah! Ah, da war das Timing nicht ganz richtig. Das ist ja bitter. Eigentlich können wir den Sprung auch wieder zu zweit machen. Den können wir auch zu zweit machen, im Prinzip. Dann sparen wir uns... Ach, ne. Dann trennt er uns. Ah, okay. Okay. Auf jeden Fall eine Wolke. Und hier auch wieder. Ah, mir spannt übles. Ich... Können wir hier einen Turm bauen? Ich brauche ein bisschen mehr Speed. Nee. Aber ich glaube, das war noch nicht richtig gesprungen. Ich glaube, da kriegen wir noch mehr Höhe raus. Stimmt. So, ich komme mal hier hin. Das war ganz gut gelöst. Irgendwie dafür, dass wir irgendwas gemacht haben. Ah, okay. Ah, okay. Nochmal. Hüpp. So. Nein. Geht runter. Geht runter. Ah, Mist. Aber ist auch nicht einfach, alles aufzusammeln, muss man sagen. Ja. Ja. Gut, ich denke, wenn wir uns teilweise ein bisschen mehr Zeit lassen würden und erstmal absprechen, was wir in welchem Timing machen, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher. Was tust du da genau? Wahrscheinlich. Okay, pass mal auf, ich gehe jetzt da unten hin und versuche mal, den weißen zu ploppen und dann musst du da runter springen. Okay. Huh. Bäm. Das war zeitgleich. Jetzt müssen wir aber noch diesen Diamanten da unten holen. Äh, ja. So, probieren wir es nochmal. Hat dir ganz wunderbar geklappt beim letzten Mal. Nee. Aber das muss doch gehen. Das muss gehen. Ups. Das ist aber echt knapp. Da fehlt nur ein bisschen. Hm. Nee, das... So, mehr Anlauf. Ähm, na, versuch es mal so wie ich zu machen. Spring erst, also ich mal es dir mal auf. Du gehst erst hier, dann hier rein, dann wieder zurück. Dann nutzt du den hier. Ach so. Dann geh ich nochmal so hoch und dann wieder hier runter. Stimmt. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Perfekt. Perfekt. So, das gleiche mache ich jetzt nochmal und gehe dann zu den Weißen hin. Und dann... Und dann... Oder einfach so. Ja, genau. Dann nehme ich den ersten und den zweiten. So. Super. Ähm. Du musst mich hier hochlassen. Ach ja, du brauchst Hilfe, ja. So. Na, das wird doch wohl gehen. Fast. Okay. Okay. Dann hole ich das Ding. Jo, ich denke, wir gehen jetzt einfach wieder unten lang. Ah, endlich mal ein grünes Feld. Es kam ja wirklich lange jetzt keins mehr. Ich helfe dir erst mal. Ja. Und nun? Ich bin so alleine hier. Ich glaube, mir schwant übel ist. Also, schon rein, dass das Spiel so herauszoomt, ist ein bisschen... Bisschen creepy. Ja. Er sieht aus wie Mickey Maus. Kannst du zu mir springen? Probier das mal. Ich glaube, du musst irgendwie zu mir kommen, damit du mich hier durchlassen kannst. Weil ich komme hier nicht weiter. Ja, ich glaube auch. Ah. Durch die Blasen durch und dann irgendwie hier wieder reinkommen. Okay, ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Aha. Uuuh. Upp. Okay. So. So. Nein. Ah. Mist. Wir müssen das ganz normal machen. Wir sind... Tut mir sehr leid. Du musst hier wieder zurückkommen. Ich muss erst mal hier wieder hoch. Ach ja. Und hepp. So. Einmal. Ich glaube, viel Anlauf ist da gar nicht nötig. Genau deswegen. Ja, da magst du recht haben. Da muss ich mal... Eigentlich, glaube ich... Ja. Ja, genau. Nur so. So, und ich jetzt auch nicht zu viel... Ups. Nicht zu viel Speed. Wow. Genau, sonst passiert wieder das. Das ist echt nicht... Das ist echt nicht einfach. Ich glaube fast... Ich muss gar nicht springen. Ach ja. Ich bin lernresistent. So. Ja, du kannst einfach reinlaufen, oder? Oder ein klein wenig springen. So, probier mal ohne das... Nee. Ja. Nein. Ja. Es ist... Es ist so schwierig. Also, es geht. Wahrscheinlich. Man braucht ein bisschen mehr Übung. Ich suche jetzt einfach eine Ausrede, weil ich so schlecht bin. Es ist... Es ist wirklich schwierig. Wie war das? Da hast du den Kopf angeschlagen. Jetzt aber. So. Also, ich darf nicht warten, bis du am Höhepunkt bist, sondern ich muss echt schon früher springen. Meini! Ich muss den Schwung mehr mitnehmen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Schwung mitnehme, dann fliege ich irgendwie zu weit. Aber ich glaube, ohne geht das einfach nicht. So. Nee. Ah. Hä? Ich glaube, du musst den Mickey Maus unten den Kopf mehr mitnehmen. Den Kopf mehr mitnehmen? Also, ein bisschen tiefer reinsinken. Ja. So richtig rein da. Ja. Und dann... Und dann schön rausglubschen. Okay. Wow, wow, wow. Ja. Das war bis zu viel Speed. Wir können das auch nicht umgekehrt machen, weil ich habe das Gefühl, dass du dich da ein bisschen besser anstellst als ich. Aber das geht nicht, weil du nur durch das Grüne durchkommst. Aber sonst wäre es ja natürlich auch ein bisschen zu einfach. Jawoll. So. Geschafft. Na endlich. Jetzt hätte ich nur noch unterfallen müssen. Äh. Okay. Ich spring mal auf mich rauf. Ich spring mal auf dich rauf, ja. Ich gebe dir in Schwung und dann fliegst du da in hier rein und dann hier hoch. Okay. Abgemacht. Abgemacht. Okay. Ja, Profi. Ja, Profi. Ach Mist, ich hätte den Schwung mitnehmen müssen. Ja, ich hätte den Schwung mitnehmen müssen. Ja, ich hätte den Schwung mitnehmen müssen. Ja, dann komm mal wieder zurück. Du kannst dich jetzt da schön ins Untere reinfallen lassen und dann wieder hier zurückkommen, denke ich mal. Ähm. Oder, oder so. Okay. So, das ist nicht mehr breit. Das ist echt tricky. Schwung mitnehmen. Nein. Nein, das eine ist da oben. Ach, jetzt hier. Das kommt wieder runter. Okay. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Du hast alle eingesammelt, glaube ich, ja. Es ist übrigens wirklich so, dass, äh, ich habe mal meine Aufnahme gecheckt, dass ich andere Puppel sehe scheinbar als du. Echt? Ja. Das ist ganz komisch. Die sind bei dir nicht gleich? Die sind bei mir irgendwie nicht. Vielleicht war... An der Stelle, wo du gesagt hast, ich soll da mal gucken, da habe ich keinen entdeckt. Vielleicht hast du auch irgendwie ein Synchronisationsproblem, weil jetzt hast du alle erwischt, die... Also es hat bei mir so ausgesehen, als wären sie jetzt gleich. Ja, ich glaube, heute ist besser, ja. Okay, ich spring mal hier rüber. Oh, nein. Uiuiui. Uiuiui. So. Jetzt. So. Jetzt nur langsam. Ups, keinen Fehler machen. Gut. Zack, zack. Und ich komme jetzt hier wieder... Kommst du da hoch? Äh, nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Glaube ich. Ich glaube, ich kriege die... Nee, das schaffst du nicht. Oder? Doch. Uh. Das war aber haarschhaft, da bin ich ein bisschen zu früh gesprungen. So, wir gucken mal hier rein. Die kleinen Bällchen, die wieder hin und her fliegen. Oh, oh. Oh, weia. Ei, ei, ei. Woa. Wow. Okay. Das, ja. Profimäßig. Ähm, Power? Power. Hüpp. Ups. Nochmal. Hüpp. Oh, ja. Ich bin auch ein Held. Ah, das ist ganz normal. Okay. Wir müssen das auch zeitgleich machen, weil sonst ist die blöde Blase da weg, glaube ich. Ja, aber gekonnt, wieder mal. Okay. Äh, spring auf mich rauf. Dann hier rüber. So, jetzt warten. Genau. Sehr gut. Das sieht richtig schön gespiegelt aus, wie wir das hier machen. Aber wirklich. Gut. Ja, wir wären schon besser. 2,62. Ah. 18. Das war so knapp. Das war so knapp. Na gut, fertig gemalt.